Hast du eigentlich komplette Eisen? Drei, zwei, eins und los! Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde CLP! Ja, juhu! Wie in dem Minion Film, yeah! So, ich hab stabile 14. FPS. Ja, klar. Ich hab 18! Wow, bist du gut. What? Also, wir machen jetzt so weiter. Du raubst die Höhle aus, ich nehm in meine Steine... Und du baust natürlich noch hier Dingens, ne? Ja. Was baue ich? Einen Korbelgenerator? Ja, hundertprozentig. Und du wolltest anfangen mit der Monsterfalle. Wir werden nämlich eine Monsterfalle im Eiffelturm bauen. Dazu werde ich jetzt... Ich hab da eine Eisenspitzhacke bei, die werde ich, glaube ich, nicht nutzen aus Eisensparsamkeit, ne? Nein. Braust du nicht. Soll ich runtergehen oder soll ich hier anfangen mit abbauen? Äh, du kannst ja erstmal den Eiffelturm so machen, dass ja so fertig... Ich glaube, ich fang hier oben an mit abbauen. Achso, beim Eiffelturm sind ja immer so eine Art Balkons drin, nicht wahr? Also immer so Zwischenstufen, die kannst du ja lassen. Vielleicht nicht... Ich glaube, ich habe gerade das zweite Tor gefunden. Wow. Noch ein Tor, aber das kann sein, dass es nicht so ist. Okay. Alter, was ist denn hier hinten? Ich habe keine Ahnung. What the fuck? Für die Höhle sollten... Für die Höhle brauche ich immer ein paar Leitern, ja. Cool, hier ist ja ein Weg. Ja, da ist ein Weg, klar. Hier ist ein Häuschen aus Pfefferkuchenfein. Wow. Ist ja geil. Das ist meins. Nein, noch nicht, aber gleich. Lol, hier ist ein Kopf. Diamanten! Du hast welche gefunden. Nicht dein Ernst. Doch, hier ist so ein komischer Kopf von irgendeinem Typ, aber das ist ja wohl unwichtig. Cool, ich habe einen Billiardtisch gefunden. Ja, da sind Diamanten. Warte, Screen. Screen, okay. Okay, den kannst du mir ja nachher schicken und ich tue den hier auf die, als Titelseite. Konferenzraum, nächster Termin, bald. Alles klar, okay. So genau wollte ich es nicht, also zu genau eigentlich. Zu genau, okay. Warte, wie will ich Steine sind? Aber wo habe ich denn beim letzten Mal hier die Lava gesehen? Billiardt-Ausstattung, alles klar. Ja, natürlich ist alles klar. Ja, mir geht es gut. Wow! Da hinten. Du glaubst nicht, was wir haben. Wir haben Braustände. Wir haben sogar einen Plattenspieler. Ist ja geil. Wo hast du denn die Braustände her? Die stehen hier. Ja. Hier stehen die nicht, wa? Ja. Und da auch. Ist mir zu genau, tut mir leid. Leute, hier sind Steinziegel, wenn ich... Ach kacke, alle Truhen sind leer. Ich habe noch Ölfen gefunden. Lava von oben, Lava von direkt oben. Echt? Ja, habe ich weggemacht. Also... In Eimer. Nein, zugebaut. Also... Oh Mann, das war die fast die einzige Lava. Nicht das, was verloren geht. Hör nochmal zu. Schon wieder. Ach so. Oh, und es leckt. Alter, wir haben ultra viel Eisen. Nimm es aber nicht. Wir haben ultra viel. Ich habe gerade noch welches gefunden. Irgendwann haben wir ultra wenig. Skyjump. Okay. What the fuck? Ich habe einen Deutschlandpokal gefunden, Junge. Aus Eisenblöcken. Da gehe ich jetzt hin. Das ist ja alles eine Aufnahme. Ach, über uns ist Holz. Holz in der Nähe von Lava. Sehr schlau. What? Wo bin ich hier? Ich gucke mal, was in der drinnen, in den Sky, in den Eisenblöcken drinnen ist. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier? Ich habe wieder einen kleineren... Hier ist eine Leiter drinnen? Ist ja lol. Ich habe einen kleinen Raum hier gefunden. Nichts Besonderes. Aber mal gucken, was passiert, wenn ich hier rausgehe. Lava und dazu eine Leiter. Und da ist Wasser. Du glaubst nicht, was ich gerade gefunden habe. Und das heißt, hier ist ein Ausgang. Du glaubst nicht, was ich gerade gefunden habe. Glaube ich dir schon, aber was ist es denn? Es ist ein Pokal mit einer Deutschlandflacke drauf. Komplett aus Eisenblöcken. Wo? Na. Hier. Immer so schön direkte Antworten geben. Na. Hier. Oh, hier ist Sand. Aber den müsstest du ja in der Wüste... Alter, Kacke, ich habe fast kein Essen mehr. Kacke. Nee. Ich baue jetzt hier mal so eine Art Leiter. Das müssen wir unbedingt irgendwann mal machen. Was? Platz der Begegnungen. Aha. So. Dann Fackeln. Da. Fackeln. Abfackeln. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen nun... Nichts. ...die Welt, wie sie hinter Gomma aussieht. Wir haben übrigens... LOL. LOL. Ja. Wir haben Nethersteine. Nethersteine. Was ist das nochmal? Netherrack. Wir haben Netherrack. Ach. Sehe ich eine Aufnahme. Ist ja geil. Ja. Wenn man das hier abbaut, sieht man es auch. Man kann an diese scheiß Redstone-Blocks keine Leiter platzieren. LOL. Ist doch wie Gold. Ja. Sehe ich. Alles in der Aufnahme. Siehst du? Alles in der Aufnahme. Du bist ja toll. Die Aufnahme liefert immer die Beweise. War? Ja. Okay. Ich mach mich dann mal ins Farben. Ich hab jetzt hier so einen Runterweg gebaut. Und jetzt, wenn du magst, kann ich dir noch ein bisschen Clay geben. Ja, ja. Ich mach grad Farmingfläche. Weißt du? Für so ein Beet. Beim Kobbel-Gängerator kommt dann die Labe aufs Lange, nicht wahr? Äh, warte. Soll ich den bauen? Ich bau den gerade. Und ich weiß, wie man einen baut. Ja? Danke. Okay. Dann fragst du mich dann? Ist doch nur so. Ja, ja. Und ja, wir haben uns jetzt hier entschlossen, ähm, richtig, richtig viel, ähm, abzubauen. Weil, äh, wir brauchen das. Und das... Scheiße, ist das geil. Wir haben ein neues... Wir haben ein neues Clay. Glaubst du, was ich gefunden hab? Dir? Ja, schon die ganze Zeit, aber... Lol. Obst du dir? Ein schönes Planschbecken aus so Clay und danach... Oh mein Gott, der Wasserfall! Ah! Echt? Richtig cool. Sag mal, hab ich... Wie kriegt man Schneeblöcke abgebaut, dass die ganz bleiben? Keine Ahnung. Einfach wieder zusammencraften. Du bekommst so Schneebälle und ich glaube, aus vier machst du einen Schneeblock. Ich bekomm hier überhaupt keine Schneebälle raus. Musst du auch mit einer Schaufel machen. Ja, super. Toll, was du mir das schon gesagt hast. Ach, stark. Ach, übrigens, hier ist der... Ist der Claybruch, ne? Ich hab einen Claybruch gebaut. Was ist das? Naja, hier wird Clay gebrochen. Ach so, ein Steinbruch. Naja, nur halt mit Clay, weil wir keine irgendwie so viele Steine haben. Scheiße. Man ist hier nach zehn Millionen Jahren immer noch nicht, wo man ist. Ach so, übrigens, wir wollen ein Enderportal bauen. Ja, genau. Wir müssen ein Enderportal bauen, aber wir haben ja schon ein bisschen Nether-Rack. Wir haben ja schon ein bisschen Nether-Rack, also von daher... Der Rator ist geboot. Und? Läuft? Sag jetzt nicht, du hast die Lava zu Obsidian verwandelt. Nein. Ich hätte dich umgebracht. Nee, hättest du nicht. Ender genug Lava. Wie viel? Schon genug. Wir brauchen genug für ein Portal, damit wir uns ein Portal gießen können, ne? Zehn. Mindestens. Und, wie viel haben wir? Was? Lava. Keine Ahnung, zähl ich doch nicht. Ich glaub nicht, dass es direkt zehn sind. Das ist neun, genau. Und wir sind... Wie heißt es nach Marge, oder was? Nö, wir haben ja keinen Kabel-Generator. Aber das wär in dem Fall sogar besser, weil man ja im Nether unendlich Lava hat. Ja, ja, das Problem ist schon, aber wir müssten in den Nether erstmal kommen. Oh, komm, das ist süß. Und dann bräuchten wir da auch noch ordentlich Ausrüstung, aber die können wir uns erstmal aus Eisen machen, das ist ja nicht so... Nee, also ja. Ich fange bereits den dritten Stack an. Wie viele soll ich denn noch farm? Ist mir doch egal. Also, wenn du magst, kann ich dir noch sieben geben. Ne Quarz-Stufe und so. Die sieht eh nicht schön aus. Nee, lass mal, wir gießen uns ja so ein Portal, oder? Oder bauen wir uns das ab? Ja, ja, machen wir. So, dann baue ich mir mal ne Spritzsacke aus. Ey, geil, hier baue ich mir ein Haus hin. In den Steinbruch. So, dann trenne ich das jetzt hier ab. Dann baue ich mir auch ein Haus hin. Das baue ich weg. Und da baue ich mir so ein Höhlenhaus hin. So ein Bunker. Baust du mit? Ja, wenn du magst, ich weiß nicht mehr, wo du bist. So. Umso besser. Ich habe den Kopf, das steht dran. An dem Kopf, der heißt Kopf von Herr Bergmann. I-yo. Der war hinter dir. Ah, kacke. Ich habe einen Diamant. Und das war leider auch der einzigste. Suchen wir nur noch zwei weitere. Ja. In der Map-Beschreibung stand ja drei auf der ganzen Map. So, Bergis Kopf häng ich wieder ran. Diamanten. Nein, da ist mir leider ein Lava gefallen. Nein, nein. So weiter kann ich den Bunker nicht bauen. Warum? Naja, weil ich sonst sterben würde. So. Falschaden. Da brauche ich eh nix mehr. Ich kann ja nochmal kurz einen Blick in die Bibliothek werfen. So, ich komme. Ich habe nur noch ein Herz. Ah, scheiße. Eine Keule. Ich habe nur noch eine Keule. Hast du den Generator laufen? Hm? Hast du den Generator laufen? Welchen Generator? Den Copy-Generator. Welchen? Den Copy-Generator. Ja, klar. Ich bin nur die ganze Zeit. Juppie. Ich bin in der Bibliothek und hier gibt es eine Blume und... Das nervt. Geheime, komm an die Punkt net an Gewaltungsstufe, Geheimhaltungsstufe, streng geheim. Vor allen Dingen, man kommt von... Was ist das? Wo bin ich hier? Wo hast du den aufgebaut? Hier kommst du bestimmt auch direkt rein, glaube ich. Aber nur wie? Never. Wo hast du denn den aufgebaut? Wenn du reingehst ins Stadion bei Gomme, dann gehst du einmal um die Treppe rum und da ist ja eine Treppe nach oben und du... Ja? Sprich mal weiter. Und schon kommst du in die Bibliothek. Es ist so geil, hier steht noch Öfen. Nee, so Copy-Generator wollte ich. Ja, da... Ja, von da... Da, wo die... Ich habe ihn jetzt gefunden. Wo die Mine ist, da habe ich den auch hingebaut. Super, dass wir die Mine gefunden haben. Finde ich toll. Ja. Und von der Bibliothek kommst du auch direkt dahin. Das ist nämlich ein Aufweg. Ja, ja. Ich hole mir jetzt erstmal gucken, ob ich was zu essen kriege. Weil ich habe nämlich nur noch eine halbe Hunde Hunger. Kriege ich doch einfach. Wir treffen uns am Spawn und dann... Warte, bleib am Spawn. Ich laufe in Lava. Du hast doch Keep-Inventory an, nicht wahr? Ja. Ich wollte die Öfe aufstellen. Die stehen direkt beim Copy-Generator, damit man da schnell in Lava laufen darf. Ich suche mir erstmal ein Crafting-Table. Zack, hole rein. Ich habe jetzt so drei Stacks und 13. Oh. Nee, ich sterbe lieber einen natürlichen Todes mit Slashkill. Einen natürlichen Todes mit Slashkill. Genau, das ist ein natürlicher Tod. Du wolltest hier stehen. Ach so, da. Ist hier irgendwo eine Truhe, wo ich den ganzen Blödsinn ablagern kann? Äh, nö. Mach doch. Eine neue. Ist ja jetzt nicht so, als ob das viel kosten würde. Tu es einfach in irgendeine. Die ersten Folgen haben wir nur hier rumgehangen. Das war so schreckend. Ja, nee. Banner habe ich nicht mehr. Teppichtruhe. Weißt du, was mir auffällt? Ich habe nicht mehr Holz. Hast du eine Axt? Besser, ich habe Holz. Ja, ich... Och, gib mir mein Holz zurück. Ja. Ey, ich habe es dir da hingelegt, du Depp. Oh, du Depp. Blöd, Mann. Also wirklich. Dass du mich schlagen musst, das gibt es doch nicht. Ich habe dir hier eine Truhe gemacht. Übrigens, in der Truhe liegt der Diamant, also ist es nicht schlimm, wenn du die Truhe abbaust und in den Lava schmeißt, ja? Okay. Ich dachte schon. Aber die Steinspitzhacke nehme ich mit. Und die Eisenspitzhacke für ultra seltsame. Ich tue mal das da rein, das da, 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 das da. So, ich helfe dir beim Hausbrauch. Das brauche ich noch. Zack. Und jetzt brauchen wir irgendwo noch ein Beet. Das Beet muss vergrößert werden. Unbedingt. Nein, das ist doch langweilig. Wir brauchen ein größeres Beet. Ich baue erstmal Holz. Ich baue erstmal hier die Bänke ab. Hier sind Kohleblocks drunter. Never. Hier ist ein Kohleblock. Na und? Ist ja lol. Ich erkenne die Deckslufe von Kohleblöcken zufällig. Hä, natürlich sind das Kohleblocks. Hä? War es die ganze Zeit schon so. Also, ich wollte dir ein ultra-geheimes Kommand in der Secret zeigen. Warte, geht gleich los. Ich muss jetzt hier mal rein. Kein Mensch braucht Kohle. Ich schon. Ja. Ich bin leider kein Mensch. Jetzt bin ich ein Außerirdischer oder was? Ja. Du bist auch morgens gelähmt. Ja, ich bin auch morgens gelähmt. Wie den Mufon-Akten. Genau. So ein Blödsinn. Ja, genau. Wer das glaubt, echt jetzt. Lol. Lederjacke. Ich hab auch eine weiße Lederjacke. Hast du eigentlich komplette Eisenrüstung? Warum hast du dir eigentlich so Eisenrüstung? Weil ich kann. Hast du Erde? Nein. Nein, das ist das einzigste Display, wo ich keine Erde habe. Das ist so, was man sieht. Hast du Wasser? Nö, aber da steht ein Eimer. Da ist ein. Wo ist ein Eimer? In der Truhe. Gut, hol ich mir. Bitte lass mich sterben. Danke. Weißt du, was ich gerade entdeckt habe? Nein. Ein Eifelturm. Stell dir vor. Ich auch. Ich bin lebensmüde, ja? Okay. Und gestorben. Lol. Ich bin gestorben, nachdem ich tot war. Ah, ich komme. Hey. So, wo bist du jetzt? Ich bin unten. Unten. Gesprungen. Ja. Ach, da. Die Leit habe ich gebaut. Ja, nützlich. 20 Euro Benutzungsgebühr. Okay, kriegst du nachher. Ich schlage. Nein, mache ich nicht. Ich habe noch einen Glowstone gefunden. Noch einen. Warum? Hier. LOL. Wo bist du? Gib mir die Koordinaten durch. Ja, was ist denn da? What? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich springe so hoch. Das geht so. Warte, da ist was drunter. Lol. Hast du das denn nicht gesehen? Ja, schon. Ey. Ja, aber ich wollte es abbauen. Jetzt hör doch mal auf. Da ist noch einer. What? What? Hier sind Common Blocks. Da sind Common Blocks. Die interessieren mich. Das sind Truhen, aber die können wir nicht öffnen. Autsch. Hier sind Skeletons. Scheiße. Da ist noch eins. Lol. Ich hab eins. Oh. Hab eins. Ich hab einen Zombie gesehen. Wo sind wir hier gelandet? Was haben wir denn schon wieder entdeckt? Also, wir sind im Überlebensmodus. Geil. Mitten unter den Straßen von Paris. Truge sind leer. Betrüger. Sind sie immer. Aber was ist das hier? Ein klebriger Kolben oder nur? Keine Ahnung. Aber vor allen Dingen, warum ist das hier? Ich hab noch was gefunden. Noch mehr Monster. Da ist irgendwas gelbes. Zwolle. Das eine Skelett, die schießt sich jetzt beide gegenseitig ab. Lol. Ich weiß, wo man rauskommt. Hier beim See. Alter, ist das geil. Toll. Ich weiß auch, ich hab hier zwei Skeletten auch gefunden. Ist das schlimm? Hat den Blick auf dein Haus, auf den Riebenkurs. Das ist doch. Aber was macht das denn alles für einen Sinn? Komm, wo du bist. So. Wir gehen wieder hoch. Sind das coole Blöcke? Niemand braucht coole Blöcke. Hast du selbst gesagt. Ja, coole Blöcke. Sade. Da hat es Obsidian. Ich hab einige Pfeile gefunden. Und eine Treppe. Eine Treppe. Gib mir die Cordy durch. Ach da. Hinten bist du. Ich komme. Hab den Zombie gefunden. Gleich mal den Erdboden gleich gemacht. Komm ich hier raus? Komm ich hier raus. Hier ist eine kleinere Lichtquelle. Das verstehe ich nicht. Hier ist ein Gang. Creeper. Ja, ich hab dich gefunden. Bist du tot? Was ist das? Raungefärbter Ton. Und du weißt nicht, was hier drüber ist? Nein. Auch raungefärbter Ton. Aber ich geh vom Eiffelturm aus. So, man konnte hier springen. Warte mal. Ich muss vorher noch eine Game Rule ändern. Bitte. Geht hier wenigstens nicht kaputt. Lol. Das Skelett hat es aber heilig. Ich habe verrottetes Fleisch. Und ich esse es gern auf. Und es sieht mit Specs aus wie ein Gehirn. Ja, das ist es wirklich. Zombie Brain steht auch drinnen. Es kann sein, dass wir uns bald hier in den Comment Blog finden. Weil wir hier ja... Du weißt schon. Warte, geh mal da weg. Ich baue eine Treppe. Ich treffe. Du sollst da weggehen. Geh mal einen Schritt zurück. Okay. Weißt du jetzt, wo wir sind? Ja, in der Community. In der Community. Warte mal, warte mal. Eigentlich irgendwo hier. Ich glaube, jetzt lassen wir einfach mal auf, ja? Ja, lass mal auf. War nicht hier in der Nähe unser Eingang nach oben? M-m. Da war woanders. Du wolltest Rosen kaufen? Nein, wollte ich nicht. Ich wollte Rosen kaufen. So, damit müssen wir jetzt unser Let's Play, äh, unser City-Let's Play jetzt beenden. Ich freue mich, dass ihr vorbeigeschaut habt. Geschaut. Nochmal. Ich freue mich, dass ihr vorbeigeschaut habt. Danke. Danke fürs Zuschauen. Hast du noch was zu sagen? Nein. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und... Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017